Einer war zu lange auf Colette. Die haben auch die, also ich glaube vor zwei Seasons oder so, haben sie die Wartezeit zwischen Qualifying und Ren verkürzt. Da sind auch viele dann reingefallen. Denk dran, die Strecke ist nicht optimal. Und dann. Und dann. Okay, es bekommt es noch. Keine Bähne. Moment, da habe ich eine Ferrari, da startet ein Flech. Aber daneben steht ein McClub. Der startet ganz okay. Mal schauen. Kann ja interessant sein. Ich kere sage... Ich kere aus. Ich kere am Gerät. Das ist auch ein Aulderner. In den Augen kreise. Alles zu Ende. viel glück jungs jetzt brauchen ein matthias rechtzeitig zum rennstart ich hab er geschlagen Okay, Ben, decent start. We can build something from here. Yo, what's the return? Hit window open. Car on the right side. ist der still hat sich da aufgemacht das war scheiße still unter schlucken und weiter geht's So, ganz entspannend, Rhythmus werden. Hm, schade Marmelade, nicht warpen bitte, nicht cool. Und tschüss, ich will ja nicht sagen, warten lohnt sich, aber warten hat sich belohnt. Hm. Hm. Ja, schlecht. Okay, attention to track limits, please bend. Ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich weiß nicht. Junge ist schon ein bisschen auf. Nein! 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 Armin! Ich bin jetzt noch so ein Einpark. Kann ich zwei Zylinder abhaben von dem Audi hinter mir, Alter? Ich habe den BMW schon getopft, wiederum... Also... Du kommst jetzt rein! Dann mal halt, ich mach das rein! Fastest lap für Seagre, 145 und 16. Das ist ja fastest lap. Ah, ja, ja, ich und der ist froh. Ja, das war's mit der Position. Ja, das war's mit der Karte. Okay. Mann, BMW, hör doch auf, Mann. Wir sind nicht in der Formel. Wir sind nicht in der Formel. Wir sind nicht in der Formel. Das war's für heute. Kupfer Oh, er hat es übelst abgelegt. Das ist echt keine Strecke für mich. Man, Junge, das ist scheiß Gäste, ja, ja, meine Füße, ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Oh, Junge, wappter. 1 Ich war schon richtig in der Annahme, dass es nur nach hinten gehen wird, ja. Ey, diese erste Kurve, ne, ich könnte so kotzen, ey. Ich hasse sie, ey. Nach Übung macht ihr Meister. Ich weiß genau, warum ich diese Strecke letztes Season nicht gefahren bin, ey. Ich hab predatorsgelassen, die mittelinten werden. Oder, wie schau�. Das ist das, also ein Team. Ich habe mich stark. Ich war zu sagen. Ich werde da das Schaufte. Die Gap 2, Zeigre, Ahead, ist jetzt 5.4. Die Gap 2, Zeigre, Ahead, ist jetzt gut. Oh, ich bin jetzt eine gute Überraschung gefahren. Oh, ich bin jetzt nicht mehr. Ah, ich will, ich fühle mich nicht. Ich will, ich fühle mich nicht. Oh mein Gott, brennt doch nicht. Kann ich doch nicht in der Schikane mittendrin... Ja, Lambo ist weg. Füß! Alter, hast du gesehen, was der hinterlich gemacht hat? Ja, ja. Das war auch meine Hoffnung, weil der dahinter... Ja, die Elf kann ja noch gefährlich werden. Ey, Mann! Jede Kurve hier, ey. Oh Mann! Ich kann nicht ans Gas gehen, ey. Ich kann nicht pushen. Sobald ich ans Gas gehe, drehe ich mich, ey. Mit Zero? Ja, dann brauche ich gar nicht fahren. Ich gehe 10er höher, ich bin schon auf 2. Ich brauche es hier. Ich brauche es hier. Ich brauche ja gar keine Beschleunigung mehr. Der Leader hat gerade eine 144.91 gemacht. Ne, beim BMW regelt die Übel rein. Eine TC2 hast du nicht? Ne. Der Laptime war eine 146.32. Boah, das war mal eine gute erste Probe. Geht doch gut. Oh nein. Toll. Verdammt. Oh, das hätte ich nutzen können. Mann! Er stand im Weg. Ah, der killt sich noch mit der Ferrari. Warte ich und rutscht erstmal über alle 4 Reifen. Huch! Auf jeden Fall. Oh, das ist mit der Nummer 11 passiert. Da hat er sich auch geschossen hinter mir. Oder ist er in die Bock? Das ist in der Bock. Oh nein. 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 Ich kann nicht hinterher fahren, sobald ich DTR kriege, ist over. Ich weiß nicht, dass ich die Arme nicht verabschieden habe. Ich weiß nicht, dass ich die Arme nicht verabschieden habe. Junge, ich will nicht wissen, wie in meinen Hinterriffen ich bin. Der ganze zweite Sektor und dritte Sektor besteht bei mir aus Überschwerden. Und untersteckend. Okay. P2. Alright then, we estimate you've got five minutes of fuel remaining. Ohne Windschatten. Steht. Oder auch nicht. Oder auch nicht. Warum machst du das so gut? Warum machst du das so gut? Warum machst du das so gut? Warum? Ich kann dir nicht die Bedeutung ausprobieren. Ich kann dir nicht die Bedeutung ausprobieren. Ich glaube ich muss mal meine Runden mit Track Python aufnehmen. Ich muss mal die Grund gegen Zeit umdrehen. Oh, da geht er. Jungen, jungen, jungen. Jungen, 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 jungen. Jungen, 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 jungen. Jungen, 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 j Also dafür bekommst du auf jeden Fall keine Strafe. Ne 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 darum gehts mir nicht aber also also keine Ahnung. Wenn ich jetzt halt viel zu da gewesen wäre, ich hab noch gesagt okay. Aber ich hatte schon das Gefühl, dass er irgendwie mega langsam war. Oh man alter. Ich hätte draußen bleiben sollen ey. Oh ich hab jetzt so gut gemacht. Ah. Ich hab den BMW geschnuppt. Weil. Ja der Audi ist schnell. Ich hab noch eine Runde fahren sollen ey, das war mein Fehler. Okay Ben. Keep it nice and smooth. Come on. Let the race come to us. That's 20 minutes to go. Lesson learned. Oh mein Gott, was mach ich hier von der Scheiße. Hup. Aber der Stifter mal ein alter Schwede. Was für eine Traktion der Audi hat. Ja mein Gott. Ah der Audi kriegt uns ein so vielfaches schneller. Tenth Position. Tenth Position. Untertitelung des ZDF, 2020 Junge, dass der immer bremst mitten in der Schikane, Mann, das ist so, oh schade für den Audi, oh das tut mir leid, dass der abgeflogen ist jetzt, der ist so stark gefahren. Ich werde mich mal angucken, was da passiert ist, der Ferrari dem reingefahren ist, deswegen so langsam geworden ist. Okay. Die Leute in fronten haben gerade eine 144.82. B7 Alright Ben, that's good consistency, keep it up. Oh, das ist eine schnelle Internierung. Ist das richtig, dass da einer 43 ist? Ah, nein. Also 6 und 43 ist richtig. Ah, ja. Kann man auch schneller als ich. Okay. Okay. Und das wird wieder Minus SR geben. Dieses Rennen. Hm. So viel er weg hat. Oh, ich bin ja weg. Ciao. Jo, mach dich viel Zeit noch fürs Ende. Ciao. Jo, danke. Boah ich hab mir erste 44er Zeit im Rennen geschafft. Hey, hey, hey. Car left. Car on the left. Clear left. 15 minutes remaining, 15 minutes to go. On your left. Still there. Clear left. It's late. I'm late. I'm late. Crosses. Okay, Ben. Don't let this guy distract you. P3. P3. Pfft. Pfft. Why did they go so fast? No, then, yeah. Nein! Ich bin nicht weg! Hier kommen die Rundenzeiten. Alle fahren auf einmal so viel schneller. Dann konnte ich noch mit ihm mitfahren. Wie läuft es bei dir, Ben? Das ist anstrengend. Welcher Platz bist du denn jetzt? Yellow Flag ist angeteilt. Sektor 2 ist green. 10 Minuten, ich hoffe, ich habe ihn nicht mehr zurück. Untertitelung aufgrund der Audioqualität nicht möglich Okay, Ben. Don't let this guy distract you. Ah, that was the position. Don't let this guy distract you. Oh. Hey, there's a lot of people. Okay. 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 Your lap time was 1.45.93. Nein, 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 nein. Oh, Mann. Warum push ich denn so hart rein in die Kurve? Ah, hab ich endlich Vorsprung rausgefahren, gleich wieder weggemacht. Mann. Ah, Mann. Ich und dieser Stück, ey. Oh, Mann. Oh, Mann. Okay, Mann. Okay. Okay. Okay, Ben. Ten minutes of fuel remaining. Push now. The guy behind is catching. The gap to Seagram in front is now 15 seconds. It's not about that. Okay, Ben. I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. Oh mein Gott Hold your nerve, just keep it smooth, no mistakes We think we'll see light rain in the next 10 minutes Just two minutes left, two minutes to go, pit window closing in one minute Yellow flag, be careful Yellow flag Slow car ahead Insider clear, green flag Oh, yeah, 44-7, come, come, come Sector 2 is now yellow, that was 146, white car left It looks arrogant, it's gone off, clear left Alright then, pit window is closed Car left, clear left Car left Car left Car left Car left Oh no I don't know where I find the time, but I love it Ich mag es. Ich habe schon noch eine andere mal. Oh, feine Leppauer. Untertitelung des ZDF! Oh mein, komm, 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 komm Oh, komm, 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 komm Oh mein Gott Oh, was für ein Rennen, Alter Was für ein Rennen Junge, du sagst es Ach, du Scheiße Das war 15 Minuten die ganze Zeit Side-by-Side-Fahren geführt, ey Boah Alter, ich hab die, keine Ahnung, das ganze Rennen hinter mir gehabt Zwei Ferraris, Alter, was für ein geiles Rennen Wuh